Hallo und herzlich willkommen zu Versuch 2, einer weiteren Folge hier beim magischen Minecraft Wism. Heute immer noch mit dabei, wie vorhin auch der gute liebe Tarumaru. Hallo. Der Mr. HP. Natt, natt. Der Lobilobius. Hallo. Der allergroßes N-Nymus. Hallo. Der M4CM4NUS. Hi. Und mein Einer, die Finity für noch ein paar Folgen und dann nicht mehr. A.K.A. Julia für den A.K.A. Julia. Ja, genau. Ja, der Finity, der existiert ja eigentlich nur noch hier jetzt in diesem Projekt. Ah, okay. Im Projekt existiert er ja gar nicht mehr. Was denn? Ach, ist sie ausgelöscht? Ja, Minecraft-Account Finity. Ach so. Aber da hätte man die ganzen Erfahrungspunkte alles nochmal neu machen müssen, weißt schon. Und Whitelust und bla 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 und pipapo. Deswegen bin ich jetzt in Witham noch die Finity. Wieso? Wieso? Hast du jetzt einen neuen oder was? Ja. Wir haben einen zweiten Minecraft-Account gemacht. Weil bis... Julia drin oder was? Genau. Weil bis Minecraft es dann endlich mal einführt mit der 1.8. Und ich hab halt keinen Bock, weil... Mir wurde mal so geschrieben, hey Julia, du warst ja letztens auf Server XY. Und ich so, äh, nö. Ja, aber ich hab da ne Julia Trinkel gesehen. Das fand ich nicht so toll. Das ist verständlich. Mhm. Oh, ich hab ja noch was versteckt in dem Ding. Das muss ich mal wieder zurücksortieren. Ja, und das ist halt auch, wenn man bei anderen Leuten in Projekten mitmacht und dort im Affinity heißt. Das ist immer so ne Sache. Affinity ist blöd, ja. Das stimmt. Weil wenn's so Projekte sind, wo man genau vier Minuten dabei ist und man nicht in der Videobeschreibung steht... Was meinst du jetzt? Ja, wo waren wir denn vier Minuten dabei? Dann ist es in der Videobeschreibung. Äh, bei ein paar war es nicht. War man nicht drin. Bei Legend. Mhm. Also bei Mr. Morgame war man drin. Mhm. Wollen wir mal so, also. Norm, norm, norm. Ja, so. Norm, norm, norm. Egal. Ach, hier sind ja die ganzen, äh, Viecher so. Das wollte ich mal absperren hier. Oh, ich wurde angewispert. Danke, das ist nicht blöd. In Minecraft oder im Teamstuhl? Ja, nein, in Minecraft. Das neuer Wanderer. Wanderer, was möchtest du von? Brauchen wir. Achso, Birken. Birken. Kommt zu mir. Ciao. Na, ich hab hier Birken. Ja, oder? Ich hab euch nur Holz. Komm mal rüber. Gibt's schlattert. Komm ich hin hier wieder raus. Wo geht's hin hier heim? Da. Ich muss erstmal wieder ein Apfel essen. Da, hier steht ein Birkenbaum. Zwei Stück. Wo denn? Hier, in meinem Chunk. Puh. Leg mich immer mit den Emblemen an. Ich weiß, was eigentlich liegen die sich mit mir an. Wo denn? Boah, das ist schon, das wird ein richtig ganzes Netzewerk bei mir. Ich darf nur einmal nach links bauen. Die Kisten beschriften ist eigentlich blöd, ne? Boah, scheiße. Weil ich das immer so mache, weil ich das immer so mache. Dann wissen die ja sofort, was da drin liegt. Macht's ihnen halt einfacher, ne? Ich hab grad die Aufnahmen bei mir abgebrochen. Ne, die haben aufgehört einfach, denke ich mal. Ich hab die Aufnahmen gebrochen. Das komische, die sind aber nicht aus der Aufnahme geflogen, oder? Doch, sind sie auch. Doch, sind sie auch. Ach so, stimmt, ja. Boah, was hast denn du für einen coolen Zauber da? Ich? Ja. Komm her. Der Rang, Digga. Darf ich den mal kurz ausprobieren? Na, du kannst ja einfach nur auf was schießen und dann bautst du das ab. Gib mal her. Kann ich mal ausprobieren. Kann mir jemand, kennt jemand von euch die Treppen aus, wie ich die richtig setze, damit die die richtigen Ecken bekomme? Was wäre ich hier denn? Ja, ich kenne das, ich kann das ja. Komm mal kurz her, ich weiß nicht, die Treppe, da muss die Treppe richtig füren, das nervt mich. War zum einiges einfacher. Ja, es geht halt recht schnell. Krieg ich das jetzt wieder? Nein! Nein. Danke. So. Super, jetzt ist endlich mein Schank fertig abgebaut. So, warte mal, ich komme mal fix zu dir. Ja, ich hab den Schank jetzt komplett abgebaut, so wie ich ihn brauche. Schank. Mein Schank. So, und jetzt mache ich nur noch eine Ebene tiefer, damit er jetzt ärgerlich ist. Können wir mal irgendwie pennen gehen oder so? Maru, wo denn? Also, für mich ist die helligste Tag. Ach, das stimmt, ich hab ja Nachtsicht. Ja, hier. Die hätte ich gerne so eckig. Da werde ich noch was hinpflanzen. Das wäre richtig cool. Darf man jetzt eigentlich einen Eingang irgendwo machen, äh, in der Luft? Ja, aber man muss halt hinkommen können, ohne dass man fliegen muss. Bei mir geht das. Also, ich mein, wenn du einen zweiten Eingang hast, beispielsweise, ist es kein Problem. Hier gibt's gar keine Carpenters-Blocks, oder? Nee. Glaub nicht. Ach, doch gibt's. Ich hab doch schon mal eine Säge gemacht. Nee, nee, nee. Vergessen, doch, gibt's. Da funktioniert nicht, weil nur hier eine Ecke. Boom. Hier eine Ecke. Warum willst du's haben? Ich möchte hier so einen Eckblock, möchte ich hier in der Ecke haben, hier. Steine drin, und da machen wir den Zeug. Naja, dann, ähm, warte. Wo ist die Säge hin? Erde. Die Erde. Steine. Oder die Säge. Nee, unter dir, eins unter dir. Hier will ich's in der Ecke haben, wo ich jetzt draufstehe. Da müsst ihr eine Ecke haben. Ja. Dann kommt jetzt nochmal Dragon Age. Ähm, November. Liest du's? Ja, aber ich will's wahrscheinlich nicht Let's Playen. Also, wenn dann später erst. Oh, da ist aber die YouTube-Community jetzt aber traurig. Nee, das Ding ist, dass so ein Spiel werden eh 1000 Leute spielen, das heißt, so promo-technisch wird mir das nichts bringen. Wenn du drei Parts am Tag brauchst. Und ich bin da ein bisschen, nee, auch dann nicht. Da bin ich realistisch in. Das Ego Race N läuft bei mir ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, dann, ähm. Für meine Verhältnisse. Und dann ist es auch so, dass es halt eins meiner absoluten Spiel ist. Also Dragon Age 1 und 2. Und darum bin ich eigentlich so egoistisch. Ach so, da unten. Ja genau, da ist das in der Ecke sein und nicht so eine Frau. Um eine Ecke zu bauen, musst du immer zwei Treppen setzen. Das geht am Tag auch nicht anders. Ah, schade. Also um eine Ecke zu bauen, musst du immer zwei Treppen setzen. Ah, schade. Okay. Schon voll egoistisch von dir ja, Anne. Ja, das finde ich auch. Also es geht gar nicht. Ach gut, so bin ich. Was macht sie denn schon wieder? Egoistisch ist sie. Wie will YouTube und ihren Zuschauern Dragon Age vorenthalten? Anne, was soll denn das? Anne, das geht gar nicht. Du musst auch immer aufnehmen, wenn du auch keine Lust hast. Das ist dir schon klar, oder? Ja. Wie? Ja, bist du deinen YouTube-Zuschauern echt schuldig, ja? Ja. Stimmt. Geht gar nicht. Alles andere ist Betrug. Jetzt habe ich hier den Scheiß schon wieder gebaut. Ich das hier. In concentration. Aua. Ja, ja, ja. Hi. Da habe ich keine Säge mehr. Wo ist meine Säge? Ich hatte eine. In concentration. Oh, ja, 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 ja. Sind sie hier dran? Natürlich ist es noch dran. Sie ist fun. Ich habe sie bestimmt irgendwo. Wurzeln, 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 Wurzeln. Boah, ich muss mal Shader anmachen. Ich sehe sonst nicht, wo die Steine sind. Backen die Lühe hier durch jetzt ernsthaft? Ach, Mendo. So, das, 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 das. So, hier ist mein Bett. Ich nehme jetzt erstmal mit. Ah, ich habe das Spiel wieder mit. Hm. So, was? Du guck mal live, Hühnchen, du musst jetzt sterben für den guten Zettel. Einfach so Hühnchen töten. Einfach so. Krass, Hühnchen. Einfach so Hühnchen. Ja, ja, das ist halt Julia. Gibt es ja so Hühnchen. Nee, es geht nicht so kalt. Eine Jobbeschreibung stand drin, Hühnchen. Vielleicht kommt die Peter vorbei. Weil Julia mit guter Sozialversorgung und allem und dann wird er noch getötet. Wo sind die Kinder? Wie viele Minuten habe ich eigentlich noch? Du willst nur 19 Minuten machen, ne? Dann hast du noch 12. Nee, 11. Ah, oh Gott, oh Gott. Ja, ich weiß, es ist wenig, aber du musst dich nicht so erschrecken. Nein, ah, spinne. Oh, tot. Okay. Das sind alle so... Ah, Tommy. Du bist eine Pussyjunge, ey. Was ist los mit dir? Gehst du fest bei einer Spinne oder was? Ja, siehe übrigens in, das hat mich geschädigt gerade. Was? Ich bin ja schon in Kapitel 10, Leute, deswegen... Nicht spoilern. So krass. Ich spoilere nicht. Nein. Ja, es wird richtig... Ah, schon wieder, Tobi! Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. The Evil Wills inspielen. Nee, du lenkst mich mit deinem Schreien gerade ab. Mit seinem Pussy-haften Geschreie? Genau, die meine ich. Genau, fackeln wollte ich. Ach, Mist. Wo ist denn jetzt schon wieder die Säle hin? Da ist noch ein bisschen Glas. Oh. So ein bisschen steifend hat es sein. Das kann aber sein. Nein. Ist hier noch irgendwo Sand oder muss ich jetzt extra wieder runter? Nein. Manus? Hm? Kannst du mir einen Gefallen tun? Nein. Baust du nach links? Äh, baust du nach rechts? Also, wenn du zum Weg guckst, das wäre super, weil... Da müsste ich nämlich die Ebene, die hier neben mir ist, nicht noch abebenen, weil das sieht so kacke aus. Kann mal einer vorbeikommen und sagen, ob man ja aussieht? Ah, super. Also wahrscheinlich. Ach. Muss. Das muss. Das muss, Tino. Müssen tue ich nur auf Toilette. Jetzt. Jetzt schon? Dann geht doch. Der wird alt, der Tino. Da, wenn der Tor wächst. Leute. Du meinst, dann... Warum sollten die eigentlich noch werden? Tino! Er muss es kompensieren. Tino, ich mach dir Konkurrenz. Ja, ja, aber mit Bäumen, wie... Wieso mit Bäumen? Wie Höhenmenschen. Mit dem ganzen Baum-Netzwerk. Das ist nicht so. Ein Baum-Netzwerk. Baum-Netzwerk. Hört ihn sprechen. Oder ein Holz-Netzwerk, keine Ahnung. Baum-Haus-Netzwerk, so. Na, warte jetzt ab. Bei mir wird es ein Mammutbaum jetzt gleich. Ich hab das Problem, dass wir noch mal ausrücksen wollen. Was habt ihr denn für ein Problem hier? Bleib jetzt da drin. Du willst sie töten? Das ist ein Problem genug. Ja, jetzt hab ich sie getötet. Vermutlich. Nein, die haben... Also, ein. Einer. Der hat erst einen Soundform-Stack. Wenn das nur in Kroms, dann wirst du getötet. Genau. Oh. Oh, oh. Du kannst dir wieder keine Kisten öffnen. Ich hasse es. Eifertippsch, doch mal. Eifertippsch. Was wollen wir jetzt haben? Oh. Das ist ja gleich. Wer tut am Haus? Wer ist die Minuten? Ich werde glückerweise nicht so viel ausgeraten. Das ist doch nett. Was habt ihr jetzt jeweils gemacht? Ich habe Holz gebaut. Ich hab nur in mein Haus weitergebaut. Also, mit Holz hab ich nur was gebaut. Oh. Ich hab auch mein Verzauberungstisch abgebaut. Ich hab den aber nicht wieder hingebaut. Das ist so nervig. Du sagst das. Also, das ist wirklich, also, puh. Ultra anstrengend. Geht's jetzt wieder? Ja, gerade im Moment schon. Oh, oh. Ich glaub, wir nehmen jetzt ein Enderman. Nicht, dass das jetzt immer Abspackung hat, hier. Akkomatik. Ich hab jetzt wieder ein Problem. Ich bin in meinem Baum. Ich hab gedacht, ich hab dir noch zwei Äpfel gegeben. Ja, die hab ich ja schon gegessen. Das ist ja nicht so, dass das so dreimal gestürzt ist heute. Bauen sich die Blätter eigentlich auch bei diesen Rainbow-Bowern automatisch ab? Ja, tun die droppen alles. Nicht nur, nicht nur alles, sondern alles. Das hat, wer hat gerade was geschrieben? Goro. Nee. Ja, ob das auch war, als die weg waren? War ja nicht. Nee, stimmt. In unserer dieser Aufnahme-Session. Als die Deck waren nicht bisher. Ja. Boah, das sind ja die Hexer schuld. Ich glaub, die Hexer, die sind auch schuld, glaub ich. Glaub ich, das ist generell einfach too much, oder? Nehmen wir das Blutmagie allgemein. Oh Gott, Tino. Oh oh. Das kann sein, das ist mit Blutmagie. Kommen wir über das, weil das außenrum liegt hier. Aber dann hab ich ja gesehen, dass alles umsonst ist. Ja, ja, ich komm mal nicht hin. Ah, ich hab gerade das Rechte geschrieben. Näh, aber in der Stadt ist Blutmagie. Bei mir steht halt noch der Altar, also das rumrum. Ja, ich dachte, er steht nicht mehr. Ich dachte, du hattest ihn weggebaut. Ja, nur die Dinge stehen da, die ruhen. Sonst ist alles weg, also der Altar ist weg. Ich bin Blut. Quarz, Kopf ist dunn. Machst du hier? Oder soll ich das jetzt auch noch abbauen? Hallo. Liegt herz. Lobi, reiß jetzt einfach dein Haus ab. Ja, bitte. Ich glaub, das ist das Beste. Ja, mach mal. Das geht gar nicht so. Hat dir so mit so keiner Rechte. Boah, diese Protz, Anne. Baut einfach mit Aum an ihrem Haus. Mit was? Mit magischer Pflanze baust du da. Was? Du hast Aum angepflanzt in deinem Haus. Das ist eine magische Pflanze. Aum? Aum? Du hast Aum-Pflanze gepflanzt. Was ist denn Aum? Die heißt Aum, ist eine Pflanze. Ich brauch Aum. Siehste? Ich brauch momentan keinen Aum, aber ich brauch theoretisch ab und zu Aum. Für den Zauber von mir brauch ich einen Aum. Ich brauchte gestern Aum. Hm. Wusstest du nicht, dass du das haben? Are you serious? Okay, jetzt brauch ich... Ich brauch auch diese blöde Desert Nova. Irgendwann mal demnächst. Oh. Hm, was? Jetzt brauch ich meinen Turm auf dem Baum. Hier kommt der Käse rein. Njam, 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 njam. Ist das Wolle. Okay, hier liegt ja auch noch was. So, können wir das? Das kann ich noch abwarten. Ich bin so happy. Oh Gott, ist der Turm hoch. Welcher Turm? Achso. Welcher wohl? Leutino. Überbreite man nicht. Wieso nicht? Lasst meinen Turm in Ruhe. Aber ich muss sagen, dass der Opal Cobblestone schon auch cool aus. Aus meiner? Ne, Opal Cobblestone sieht auch cool aus. Ja, meiner ist Opal Cobblestone. Achso. Mein Turm. Meiner wird nämlich viel fresher sein als deiner. Ich hab keinen Opal Cobblestone. Deiner ist Opal. Deiner ist total unfresh, Tino. Ach, wisst du was? Ja. Interessiert mich ein Scheiß. Boah, ich will meine Arkanskross-Sachen wieder haben. Jetzt aufgestellt. Alle Dinge, die ich dir gegeben habe. Boah, sag mal, der hat heute seinen Rock an. Guck mal, guck mal, Lila Schwüff. Ich glaub, der muss gleich zu einer Party gehen hier. Lila Schlafanzug an. Du? Ey, ich brauch hier eine Tür hin, ja? Ich werde ein Schlafanzug. Ich werde ein Schlafanzug. Alter, ist dieser Baum krass, ey. Was da rauskommt, ey. Das ist ja echt zu heftig. Die Tür ist... Boah, ich krieg von dir eine neue Tür. Ich hab sie nur abgebaut. Du hast sie gar gut gemacht. Nee, ich hab sie in der Hand. Das ist zu geil, ne? Wie im Kindergarten hier. Der hat mir die Tür abgebaut. Klopp, klopp. Mein Turm ist größer als deiner. Du hast ein Loch am Dach. Mein Turm ist größer als deiner. Wo genau bist du, Julia? Ja, ja, äh, gegenüber von Tino. Okay, ich hab manchmal bei einem Loch reingeschossen ins Haus irgendwo mal. Was? Wenn das kein Buffer-Overflow macht, dann weiß ich's nicht. Als ich den Baum abgebaut habe, bin ich ihn einmal durchgedreht, dann kann ich vielleicht auch dein Haus irgendwo getroffen haben. Ich hab ja nichts gesehen gehabt, deswegen. Oh Gott. Äh, Tino? Warte mal ab, bis ich, äh, bis ich Stufe 3, äh, Full-Moot-Tasting mit AOE mache. Gebt weg von meinem Baum, wenn ihr das Zeug aufsammelt. Gebt weg von meinem Baum, wenn ihr das Zeug aufsammelt. Wenn das, wenn das so weiter stack, wie das funktioniert, dann würde ich den ganzen Chunk abbauen mit einem Stoß. Ich hab ne gute Idee, wir können alle durcheinander reden. Ja. Ja, ich find's auch cool. Ja, das ist ziemlich gut. Also ich versteh alles. Wir haben jetzt gar nicht geredet, das tut mir leid. Tino? Ja. Was uns weiß erlaubt. Tino? Oh Gott. Das hält das hier. Ey, guck doch mal diese Geier an dir. Ich wollte, ich wollte zu dir hinlaufen. Oh mein Gott. Das ist ein Geier, ey. Du baust dir einmal einen Regenbogenbaum ab und schon. Hier, schau. Ich hab dir einen Holzschwert geschenkt. Ich hab dir einen Holzschwert geschenkt. Stürzen sie sich wie den Geier drauf. Nein, ich wollte zu dir laufen, Tino. Ich hab dir einen Holzschwert geschenkt. Oh, ein Golden Apple, der funkelt. Was ist denn das für ein? Ein Notch Apple ist das. Wie viele Minuten, bei wie vielen Minuten sind wir? 16. Wofür brauchen wir denn den Notch Apple? Meint ihr, es wird nochmal Nacht, weil ich hab mein Bett gerade aufgebaut, mein neues. Keine Ahnung. Das ist ein neues Bett. Mein neues Bett. Kann ich dir meinen Schäler entscheiden? Das ist eine Pyramide, oder was ist denn das für das Haus? Oh, ist das schön. Das ist ein neues Haus? Oh, ist das ein hoher Turm? Tinos. Kommt da überhaupt was in die Mitte rein? Ich sag's nicht. Was denn? Tinos? Tinos. Oh. Du hast sogar einen Heller. Opal. Gedöns. Nee, hast du nicht. Gedöns. Trüm ist Gedöns. Hi. Hier, Penis. Ja, genau. Das ist kein Penis. Hier. Nein, ich weiß. Hier, jetzt ist es noch kein Ton. Hier. Nein, es ist echt ein schönes Haus. Hier ist es ein bisschen. Oh, nicht wie ein bisschen. Ist der Leiter da? Ich kann hier nicht fliegen. Doch. Der ist keine Leiter, ne? Ich werde jetzt mal runtergucken. Dino. Was denn? Aus. Okay, Mama. Leut ihn dann das Ding. Sag mal ihn ein. Sein Befehl. Und nach oben. Du brauchst eindeutig eine Redstone-Fahrstuhe. Das ist ja super. So, habe ich jetzt erst mal alles grob hier. Ach nee, hier liegt ja noch alles voll. Und rausgeflogen. Wuhu. Nein. Und bist du noch am Fliegen gewesen? Ich war auch gerade noch. Ich kann auch nichts mehr machen. Zum Glück war ich bei mir oben drauf, oder? Zum Glück waren bei mir noch 30 Sekunden drauf. Ach so, das... Ich dachte ja, von wegen, da will ich nicht runterfallen, weil es ist da überhaupt eine Leiter. Ist das denn so? Nein, ist es nicht. Oh Mist, jetzt habe ich fast... Momentan geht es gerade wieder. Geht hier das ganze System oder das sind Äpfel auf? Ich weiß schon gar nicht mehr, bis ich rausfliege, sondern ich gehe einfach schnell selber raus hier. Was machen eigentlich diese goldenen Äpfel, die so... Die geben wir Feuerresistenz. Ja, genau. Ah, also so andere Äpfel und alles. Kann ich mit dem auch fliegen? Ja, kannst du. Die heißen halt Notch-Äpfel. Also fürs Duell aufheben, ja? Ja, wäre ideal. Ja, würde ich geraten. Was machen die? Fliegen und heilen? Und die waffen nicht noch. Ja, super, es regnet und mein Bett steht draußen. Mein Bett steht draußen. Ja, du bist jetzt nass, hast du Pech gehabt. Mein Bett ist schon die ganze Zeit verschimmelt. Grubenlobys Bett wird nass. Gibt dir eine gute Nachttouch. Grubenlobys. Es ist Baumlobys. Baumschmuselobys. Baumschmuselobys. Baumschmuselobys? Oh Gott. Fuscheltal. Huck. Oh, jetzt sag ich eigentlich gerade. Okay, wie viele Minuten haben wir denn gerade? 18,85. Ich will ja kurz Lobby antatschen. Ich will aber weiter bauen. Ich will jetzt auch mein Zeug hier noch einsammeln. Mann, das ist jetzt 19 nach. Ach, ich will schon was zur Ausnahme raus. Ihr könnt ja weitermachen. Also das heißt, es wird nur noch, bleibt sauber, bis du jetzt mal shoppen. Bei allen anderen, alle in der Videobeschreibung. Und ein netter Text von der Handel. Ich glaube, der hat noch keine Sachen gelesen, oder? Doch, ich werde mal so viel gelesen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Wie? Ich will Lobby antatschen. Nein, noch nicht. Mach noch bis zur letzten Sekunde. Achso. Hier, Lobby, ich habe dich angetascht. Oh, ich wurde geheilt. Hier, warte, da ist noch mein Bett. Du musst noch mal rein. Naja, wenigstens 17 Goldäpfel. Okay, ich halte den Bett auch noch mal. So. Ja. Aber wenn da so weitergeht, dann werden die 17 Goldäpfel wohl nicht lang halten. Hier, Maru, Maru. Da drüben stehe jetzt mein Blutalter. Also nicht Blutalter, meine ganze Gedöns. Sag mal, wenn man die Blätter abbaut mit einer Schere, haben die dann die gleiche Farbe, wo man sie abgebaut hat? Ich weiß nicht, da sie Rainbowleafs heißen, habe ich da keine Ahnung. Ja gut, ich würde sagen, dann gehen wir aber jetzt raus. Ja, wir sollten jetzt Schluss machen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Wir sehen, was ich plane. Tschüss. Tschüss.